Hallo liebe Fußballfreunde, Thema FC Eintracht-Bamsberg, Regionalliga Bayern, 2012-2013, 29 Spieltag. FC Eintracht-Bamsberg gegen VfL Frohnlach, Ergebnis 2-2-1. Startelf von FC Eintracht-Bamsberg, Aler, Pickel, Bachmann, Könlein, Makik, Grisel, Ma, Frischer, Herel, Pickel, Abu, Kalil, Timpatla. Da, Startelf von VfL Frohnlach, Häusener, Jeschkoe, Brückart, Beretsatzapf, Schmid, Schascheler, Oskamir, Brand, Bulat, Krieg, Startelf. Das war's von FC Eintracht-Bamsberg gegen VfL Frohnlach, 0 Uhr 58.